Erkunden. Unsere Taucher, uuuh, guckt euch das mal an, haben eine alte Holzkiste gefunden, die bis zum Bärsten mit Schätzen gefüllt war. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Aquatico. Oh, meine lieben Freunde, wir sind wieder unterwegs unter dem Meer und wir bauen gerade den Wertstoffverwertungshof, genau, damit wir den Müll, der sich in der Kolonie ansammelt, mal sinnvoll verarbeiten können. Ah, keine Verbindung zum Leitungsnetzwerk, Spielberg hat wieder eine lange Leitung gehabt, hat wieder nicht angeschlossen hier. Das muss man doch machen, hier, machen wir das mal hier so ran, genau. Oh, was ist los, was ist passiert? Treibstoff fehlt. Ah ja, stimmt, das hat man ja schon festgestellt, dass der Wertstoffhof ziemlich treibstoffintensiv ist. Moment, ne, da muss ich mal gucken. Können wir noch eine von den Raffinerien noch aufwerten oder... Ah, warte, wir könnten theoretisch, um Treibstoff zu sparen, auch einfach die Häuser noch isolieren. Okay, können wir auch nicht. Plaste fehlt. Das ist natürlich ungünstig. Dann pausiere ich den Wertstoffhof nochmal kurz, der muss ja nicht die ganze Zeit jetzt schon an sein. Dann warten wir doch mal kurz, bis wir noch ein bisschen Plaste jetzt bekommen haben. Genau, meine lieben Freunde, ich muss ja mal sagen, jetzt, ich hab ja schon die ersten Videos jetzt gerendert mit dem neuen Rechner und dieses Video hier wird jetzt auch aufgenommen gerade auf dem neuen Rechner und auch gestreamt. Es ist der absolute Wahnsinn, was wir hier jetzt für FPS am Start haben. Das ist der absolute OPA-Burner. Das haben wir ja schon bei Surviving the Abyss festgestellt, wie krass das jetzt ist. Aber das hier ist jetzt nochmal der absolute Hammer, wenn man das hier sieht. Ich weiß gar nicht, hab ich hier überhaupt schon die Detailstufe hochgedreht? Das hab ich hier noch gar nicht gemacht, glaube ich. Weiß ja gar nicht, ob man das on the fly übernimmt. Ah nee, okay, das ist schon alles hoch hier. Hoch, hoch, hoch. Modus für Farbenblinde, ja, das wäre genau das Richtige für mich. Nein, natürlich nicht. Blasenmenge. Blasen, Normalblasen oder Hochblasen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich lasse es auf Normalblasen. Normalblasen. Ich weiß nicht, wie viel Blasen wir vertragen. Lassen wir es mal auf Normalblasen, sonst ist es zu viel Blasen. Das ist dann auch irgendwann langweilig. Genau, perfekt. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Aquatico reinziehen mit dem neuen Rechner, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die man am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir das jetzt hier machen. Und genau, ihr könnt vor allem auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass meine Renderzeiten jetzt einfach mal nicht mal mehr halb so lang sind. Es geht jetzt schneller, ein Video zu rendern, als es sich anzugucken. Das ist der absolute Wahnsinn. Ein 45 Minuten Video kann irgendwie in 40 Minuten gerendert werden. Das ist schon ein bisschen krass, wenn ihr mich fragt. Und ein halbstündiges 35, 36 Minuten Video so in dem Dreh, Kerbal Space Program, habe ich in unter einer halben Stunde gerendert. Und das ist schon ein bisschen krass. Das ist schon ein bisschen der Hammer. Vorher hat das irgendwie bei Kerbal Space Program eine Stunde 20, eine Stunde 30 gedauert. Und ein 45 Minuten Video hier von sowas hier zum Beispiel hat irgendwie eine Stunde 40, eine Stunde 50 Minuten, manchmal sogar zwei Stunden gedauert, je nach Inhalt halt. Und das ist schon krass, wie schnell das jetzt einfach geht, ja. Der absolute Hammer, meine lieben Freunde. Dafür auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Es gibt mehr Qualität im Video. Es gibt mehr Qualität im Livestream. Und die Videos rendern schneller. Hat sich das doch gelohnt, meine lieben Freunde. Der absolute Burn-O. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie krass schnell jetzt auf einmal, also wie dieser Progress stattgefunden hat. Auf meinem alten Hauptrechner hätte so ein Video drei Stunden gebraucht zum Rendern. Auf dem Zweitrechner, den ich dann immer zum Rendern benutzt habe, hat es wie gesagt eine Stunde 30 bis eine Stunde 50 gedauert, je nach Videolänge und je nach Inhalt. Und hier dauert das jetzt einfach mal so eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Das ist schon einfach, das ist schon krass, ey. Wie gesagt, es geht schneller, sich das Video durchzurendern, als das Video anzugucken. Schon echt heftig, ey. Es ist echt unglaublich. Und ich habe dabei noch nicht mal die Hardware-Unterstützung genutzt, die ich theoretisch auch hätte nutzen können. Über Premiere, die 2023 Version von Premiere Pro würde das sogar unterstützen. Aber da müsste ich die Einstellung für das Video so verändern, dass das nicht mehr meinen Videorendereinstellungen entspricht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht mache ich das mal testweise, um mal zu gucken, ob dann die Qualität noch passt. Aber da würde es noch schneller gehen wahrscheinlich, weil das dann anscheinend die Grafikkarte macht und nicht der Prozessor. Und das ist dann natürlich nochmal ein Sprung. AV1 unterstützt leider mein Premiere-Schnittprogramm noch nicht, den Codec, den neuen, der da jetzt in aller Munde ist irgendwie. Mit dem man hocheffizient 4K-Material aufnehmen kann, in noch besserer Qualität und geringerem Speicherplatzbedarf und so. Das ist in meinem Schnittprogramm noch nicht unterstützt. Aber das wird wohl möglicherweise irgendwann dazukommen. Ich müsste halt Plugins benutzen, aber das will ich nicht für diesen Zweck. Das ist mir dann zu shaky alles. Da wird das dann alles wieder so instabil. Und ja, mal gucken. Es wird dann also vielleicht nochmal ein paar Sprünge geben in Zukunft, wenn dann meine Software noch nachzieht. Und mit der entsprechenden Codec-Unterstützung dann noch. Dann könnte ich nochmal schneller rendern, nochmal bessere Qualität raushauen. Mal gucken. Also da ist noch Luft nach oben durchaus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon ein bisschen geil. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, meine lieben Freunde. Ja, und wir sind jetzt hier, wie gesagt, dabei, wieder weiterzumachen. Jetzt haben wir ja hier das Upgrade installiert für die Raffinerie. Und jetzt können wir doch hier an der Stelle das Ding laufen lassen. Oder minus zwei haben wir noch. Okay, dann müssen wir noch einmal einen Produktionsbonus installieren hier. Ach, was soll der Geiz? Wir machen am besten noch einen. Aber gleich doppelt aufgewertet. So, jetzt haben wir genug Treibstoff, damit hier der Wertstoffhof arbeiten kann. Und der produziert sage und schreibe Eisen und Plastik. Aber ohne, wenn ich das jetzt richtig sehe, ohne dass er irgendwas jetzt, einen Müll braucht oder so. Aber warum ist es dann ein Wertstoffhof? Das verstehe ich irgendwie nicht. Er macht doch nichts anderes, als aus Treibstoff und Energie halt, äh, Eisen und Plastik herzustellen. Irgendwie ist das ein komischer Wertstoffhof, wenn ich das mal so sagen darf. Oder haben wir, aber wir haben ja auch keinen Müll als Ressource, ne? Vielleicht kommt das noch irgendwann, dass man das vielleicht nachreicht nochmal. Weil irgendwie, ich erinnere mich jetzt leider nicht, ob es in der Roadmap drinne stand. Wegen, äh, Recyclingkreislauf und so. Kann vielleicht sein, dass das dann noch kommt. Müssen wir mal gucken, weiß ich jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt. Genau. Auf jeden Fall sehr geil. Wo werden denn dann die Mülleimer entsorgt? Naja, anscheinend sind die einfach da und da wird das einfach reingepackt, der Müll. Hier ist ja einer, direkt da vor der Fabrik. Aber irgendwie, äh, die sind halt da. Aber recyceln anscheinend intern das Ganze dann irgendwie. Keine Ahnung. Da wird intern irgendwie recycelt. Ist ein bisschen komisch, wenn ihr mich fragt. Aber okay, wir lassen das mal so stehen. So, wir sollten vielleicht mal dafür sorgen, dass wir endlich mal ein paar mehr Grundbedürfnisse erfüllen. Kleidung ist ja aktuell auch nicht genug vorhanden. Da sollten wir vielleicht mal, weil wir jetzt ja hier auch eine neue Kuppel angefangen haben. Da sollten wir vielleicht langsam mal dafür sorgen, dass wir mal ein bisschen was tun. Also, wir haben ja jetzt hier ein Juwelier. Da brauchen wir Glas, Elektrizität, Korallen, Werkzeuge und produzieren Schmuck. Genau. Glas fehlt noch auf jeden Fall. Wie viel Glas haben wir? 28. Wird da noch nachproduziert? Ich meine schon, da müsste nachproduziert werden in unserer Glashabrik. Hier ist unsere Glashabrik. Da können wir mal einen Produktionsbonus mal machen. Das können wir auch machen, damit mal Glasproduktion schneller geht. Was brauchen die denn eigentlich für die Verarbeitung? Okay, Quarz. Da machen wir noch eine Optimierung. Da brauchen sie weniger Quarz. Ja, und dann müssen wir mal hier vielleicht noch eine Optimierung machen. Und mal das Ganze wieder aktivieren. Hier, genau. Ah, machen wir hier beim Quarz noch einen Produktionsbonus. Was soll der Geiz? 170 Quarz, haut's raus. Ja, was ist los? Forderung aus dem Hauptquartier. Na, natürlich, was sonst? Meeresbürgermeister. Das Neu-Atlantis-Hauptquartier sendet uns eine Liste mit benötigten Gegenständen. Ich kann versuchen, uns da rauszubekommen. Aber vielleicht ist es nicht die beste Idee, sie immer zu vertrösten. Können wir die Anfrage akzeptieren? Ja, Schwamm haben wir genug, glaube ich. Aber jetzt mal ein Tacheles. Immer kommt dieses Hauptquartier und sagt, Äthepetete, wir müssen das und das und das haben. Was passiert eigentlich, wenn ich das ablehne? Habe ich irgendwo einen Wert, der definiert, dass das Hauptquartier schlecht gelaunt ist und dass die vielleicht mehr aufs Dach steigen, wenn ich das nicht erfülle? Weil ich check's irgendwie nicht. Warum soll ich eigentlich denen ihren Bestrebungen und ihren Anforderungen nachkommen, wenn ich irgendwie nie mit denen wirklich in Kontakt bin und nie mit denen irgendwie interagiere so richtig? Wenn ihr das irgendwie umrissen habt, teilt mir das mal gerne mit, weil vielleicht kann man das auch einfach ablehnen in Zukunft. So, jetzt werde ich mal noch ein Kleidungsgeschäft bauen, weil wir haben ja nicht genug anscheinend. Eigentlich müsste das Ding Kleidungsfabrik heißen. Das ist ja eigentlich eine Fabrik, ne? So, machen wir das mal da hin. Damit wir mal noch eine Anlage haben dafür. Da müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die braucht ja auch wieder Schwämme, dass wir den monatlichen Verbrauch nicht zu hoch pushen. So, genau. Und dann machen wir mal hier noch, weil das jetzt ja wieder das Wohlbefinden runterzieht, machen wir mal hier noch einen Baum hin. Damit die Umwelt nicht zum Problem wird wieder. Eventuell weniger Menschen, die kommen. Ja, aber die Menschen kommen ja nicht von dem Hauptquartier. Die kommen ja über diesen Seenotrettungsgedöns, den wir laufen haben. Da kommen ja eigentlich die Leute. Ja, deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Die brauchen wir ja anscheinend gar nicht, dieses Hauptquartier. Ab und zu kommen die mal an und haben uns mal irgendwie so Support geschickt zum Aufbau. Aber seitdem eigentlich auch nicht mehr. Also schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das so schlau ist, so das Hauptquartier so zu beglücken jedes Mal jetzt. Und da wird das Möbelhaus gebaut. Sehr nice. Das war ein Quatsch. Möbelhaus. Ne, Moment, das war Kleidungsdings war das. Genau, Kleidungsgeschäft. Möbelhaus noch nicht, genau. Da müssen wir mal gucken wegen Möbel. Das müssen wir, glaube ich, unten bauen. Handelskonto, Klinikum. Ja, das müssen wir, glaube ich, unten aufbauen dann. Auf Meeresgrund müssen wir das bauen. Aber ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir schon mal die Produktion von Kleidung schon mal ein bisschen optimieren. Also nochmal hochfahren quasi. Hier Produktionsbonus mal machen. Genau. Ah, Plaste braucht das. Okay. Wie viel Plaste-Output haben wir denn jetzt? Produktion 124. Verbrauch 152. Okay, wir müssen Plaste... Plaste-Fabrik noch bauen. Müssen wir mal schauen. Können wir noch eine irgendwie upgraden? Ich glaube, da war schon alles... Obwohl, hier die könnte man nochmal upgraden. Wenn man nochmal ein bisschen Plaste bekommt. Wie sieht es denn mit dem U-Boot aus eigentlich? Hatten wir da jetzt noch was drin gehabt? Oh, ja. Da war noch was drin. Guck mal. Dann können wir das gleich mal übertragen. Und machen mit dem Material, was wir übertragen haben, direkt mal hier diesen Bonus. Dann haben wir nämlich gleich nochmal ein kleines bisschen mehr Plaste. Und hier ist auch schon geupgradet. Erweiterungen könnte man noch installieren. Machen wir das doch mal. Effizienz 97. Das liegt jetzt auch daran, weil wir zu wenig dribenden Stoff wieder haben. Siehste mal. Können wir hier nochmal irgendwo eine Erweiterung machen? Hier. Mach mal hier noch eine Erweiterung. Dann gibt es nämlich gleich noch mehr Treibstoff. Genau. Sehr nice. Mehr Treibstoff, mehr Plaste. Mehr alles. Wir müssen wirklich mehr produzieren. Aber nicht mehr im Sinne von Wasser aus dem Meer. Sondern mehr Zeug produzieren. Für Produktion. Zeugproduktion. Können wir hier eigentlich nochmal einen Brunnen bauen? Ich würde gerne hier aufs Eck noch so einen Brunnen nochmal bauen. Machen wir das mal. Da wertet hier nochmal die eine Kuppel nochmal auf. Da können wir eh sonst nichts mehr hinbauen, glaube ich. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann haben wir erstmal keine Umwelt-Sorgen hier. Weil sonst am Ende werde ich hier noch als Umwelt-Sau bezeichnet. Wenn das hier so weiter geht mit der Umwelt. So, wie sieht es denn aus? Monatliche Produktion 60 und Verbrauch 55. Das ist schon mal gut. Wir haben jetzt schon mal aufgeholt, was den monatlichen Verbrauch angeht. Hier müssen wir noch Mülleimer installieren, sehe ich gerade. Machen wir das mal gleich. Nicht, dass mir hier die ganze Umgebung zumüllt. So, wunderbar. Dann können wir jetzt auch mal hier die Handelsgrenzen noch einstellen. Wir hatten doch, glaube ich, hier im Handelskontor, genau, für Kleidung, eine Grenze von 60 eingestellt. Lass die Grenze mal erhöhen. Lass die mal so auf, äh, ja, warte, ich setze die mal jetzt so händisch auf 100. Weil, da wird nicht so schnell so viel Kleidung verkauft, wenn wir zu viel produzieren. Da wird, oh, Leute, guck mal, wie voll die Gondel ist, krass. Das ist mal eine richtig volle Gondel, oder? Da ist sogar ein Kind, guck mal. Voll krass, schön, wie viele unterschiedliche Farben sie anhaben. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Surviving Mars Vibes, ne? So ein bisschen, also so rein von, wenn man so die Leute beobachtet bei ihrem täglichen, täglichen Gedöns. Schade, dass man hier in den Kuppeln nicht ein bisschen näher noch ranzoomen kann. Und schade, dass da auch nicht wie bei Surviving Mars so ein paar Glasfenster noch sind, wo man die auch mal ein bisschen beobachten kann bei den Sachen, die sie so machen. Das wäre nochmal so, so eine coole Ergänzung irgendwie von dem ganzen visuellen Ding, dass man die Leute auch beobachten kann. Mal so ein bisschen ins Fenster reingucken. Macht man doch gerne mal. So, hier, genau. Äh, wie sieht's aus mit Plastik jetzt? Immer noch, äh, zu wenig. Wir müssen wohl nochmal eine Blastefabrik bauen, würde ich sagen. Wie sieht's mit Schwämmen aus? Oh, monatlicher Verbrauch bei Schwämmen ist natürlich, äh... Ich glaub, wir müssen noch einen Schwammsammler mal bauen, weil sonst haben wir da auch bald Probleme. Guck mal hier, mach mal da noch einen hin, genau. Das sieht doch erstmal so gut aus. Schwammsammler, den können wir dann gleich nochmal aufwerten. Hier, den können wir noch erweitern, genau. Und den werten wir dann nochmal komplett auf. Schwamm 40, genau, für einen Schwammsammler braucht man nämlich auch Schwamm. Nicht, dass dann die Schwämme weg sind und dann geht das nicht mehr. Und dann macht man nämlich gleich noch eine Blaschde-Fabrik. Blaschde, 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 mehr Blaschde. Hier, warte mal, mach das mal so. Blaschde und dann direkt hier den Anschluss unter dieser Nummer. Sehr gut, wie viel braucht's das? 60 Schwamm und 10 Eisen, okay. Ist also auch nicht so ganz ohne. Eisen haben wir aber erstmal genug. Plaste wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Hatten wir das hier eigentlich schon optimiert? Ne, hatten wir noch nicht. Also doch hatten wir schon, aber noch nicht maximummäßig, genau. Oh, Alter, wie viel Kohle haben wir bitte? Guckt euch mal bitte das Geld an, was wir haben. Wir müssen mal mehr forschen hier. Ich vergesse das irgendwie immer mit der Forschung. Ist unglaublich. Hier, warte mal, mach ja gleich noch die Sachen, die hier am Anfang noch nicht erforscht wurden. Ne, Vermögensteuer machen wir nicht. Da wehre ich mich dagegen. Straßenlaterne, das können wir mal machen. Und dann mal hier hinten mal die Sachen. Kleine Bank und sowas alles. Das ist alles, was halt noch für eine Dekorationsfabrik wäre vielleicht auch noch ganz gut. Dann können wir nämlich auch noch die mittelgroße Statue und die Innenarchitektur noch machen. Und den mittelgroßen Blumentopf noch. Ja, und die Verteidigungsplattform kommt dann auch noch demnächst. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht mal das U-Boot nochmal vollstatten, ausstatten mit Zeug. Aufstockung der Vorräte, weil dann können wir nämlich nochmal... Oh, eine antike Gaglione. Eine antike Gaglione, die dort verlassen liegt. Keine Ahnung, was man von so einem alten Schiff erwarten kann. Ja, dann fahren wir mal hin und gucken mal, was da so ist, ne. Ist doch nice, mal eine Gaglione erforschen. Und da wird der Schwammsammler gebaut. Dann gleich mal upgraden den Spaß. Haben die alten Seemeister ihre Gaglionen aus Plaste gebaut, zufällig? Da könnte man da noch ein bisschen Plaste abstauben. Das wäre ganz nice. Aber ich glaube, die haben eher mit Holz gebaut. Habe ich so gehört. Gefahr eines Haiangriffs. Na, sowas aber auch. Wie finde ich denn das? Das kann ja wohl nicht sein. Und da ist er fertig. Nice. So, gleich verupgraden. Schon mal einen Radius erhöhen. Produktionsbonus, Produktionsbonus. Und nochmal einen Radius erhöhen, genau. Dann kann der nämlich hier schon mal jetzt arbeiten, direkt. Genau. Bei Schwämme dürfen wir uns nicht ausgehen. Das wäre richtig schlecht. Nahrung ist auch nicht mehr ganz so geil, muss ich mal sagen. Da müssen wir auch mal wieder was tun. Nahrung. Was bringt uns eigentlich die meiste Nahrung? Das ist eigentlich auch mal eine verdammt gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Ich baue jetzt hier mal so eine Angelhütte. Äh, ich baue die jetzt einfach mal hier. Ne, warte mal. Wo haben wir noch? Ich baue die mal hier hinten so hin. Da haben wir noch gar nichts irgendwie gebaut. In irgendeiner Richtung. Genau. Angelhütte und dann vielleicht nochmal so ein Feld. Weil ich glaube so langsam aber sicher geht uns die Nahrung aus. Das waren ja schon mal über 1000. Und jetzt sind wir schon unter 1000. Also das heißt, da geht irgendwas flöten gerade. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Gleich mal nächste Forschung hier. Was hatte ich gesagt? Äh, mittelgroßer Blumentopf. Genau. Das wollten wir noch machen. Und dann hier die Dekorationsfabrik. Keine Bärhausung verfügbar. Ach, ist mal wieder soweit. Sind schon wieder so viele angekommen, dass wieder die Bärhausung nicht reichen. Okay, Moment. Das haben wir gleich. Hier, guck mal. Da Haus. Da Haus. Hier Haus. Da Haus. Mach es mal da hin. Und dann mach mal da in die Ecke mal noch eine Bank oder so. Da passt nämlich noch eine hin. Sehr schön. Wunderbar. Nice. Und vielleicht noch so ein... So ein Banner irgendwie noch. Hier so genau davor. Weil sonst meckern die nämlich wieder wegen... Äh, bitte. Äh, es ist nicht genug Umwelt. Für mich ist jetzt Aquatico der Urlaub von den tiefen Tiefseedramen in Surviving the Abyss. Surviving the Abyss hat eindeutig einen höheren Stresslevel, wenn ich das mal sagen darf, wenn man das spielt. Und das hier ist dagegen ja wie, äh, wie ein Urlaub irgendwie auf dem Land oder, äh, im Luxushotel. Oh. Wo er das gerade sagt, kommt gleich der große böse Hai und will hier Drohnen futtern. Ja toll, er hat die Drohne noch zerstört. Tolle Wurst. Weiß nicht, es hätte nicht auch mal hier... Kann man das Ding nicht irgendwie auch upgraden noch irgendwie? Vielleicht müssen wir da den Radius noch mal, noch mal steigern, dass die Haie nicht einfach da so rein können. Hai angriffsbärig. Zwei Drohnen haben sie erwischt. Die sind immer so gerade so noch dran, die Haie. Das finde ich nicht so gut. Hier, guck mal, Gebäuderadius sollten wir vielleicht noch mal machen. Weil dann können die nämlich früher schießen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Mal schauen. So, Produktionsbonus und Optimierung, genau. Lass mal die zwei Sachen gleich mal machen. Diversität von Nahrung. Siehst du, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das passieren würde. Wir müssen unbedingt hier das noch erweitern und... Also brauchen wir Plastik noch erweitern. Dass wir gleich noch mehr produzieren. Und dann nochmal optimieren. Produzieren, optimieren, diversifizieren. Und dann dinieren wir, meine lieben Freunde. Dann dinieren wir auf jeden Fall. 20 Plaste werden gebraucht. Monatliche Produktion, 158. Monatlicher Verbrauch, 174. Also bei den 174 ist, glaube ich, der Verbrauch durch das Bauen schon mit eingerechnet auch. Wie gesagt. Muss man mal ein bisschen mit dran denken. Und der Blumentopf ist gleich erforscht. Ich kann hier keinen Blumentopf gewinnen, haben sie gesagt. Und jetzt habe ich schon einen mittelgroßen Blumentopf. Lasst euch das mal gesagt sein. Unglaublich. Schon der zweite Blumentopf. Und den großen Blumentopf gewinne ich auch noch. Wir brauchen einen Bonus, genau. Da ist er. Der Bonus. Ja, wie ihr sagt. Also, das Spiel ist wie Urlaub im Vergleich zu Surviving Diabyss. Das ist hier so das entspannte Aufbau. Getingeltangel. So ein bisschen, ja. So schöne Gebäude. Alles schön hell. Jeder macht sein Ding. Alle haben eine Aufgabe. Es gibt immer zu viele Leute auch. Das stirbt keiner weg. Das ist halt auch... Du hast nicht ständig... Äh, der Klon XYZ3-7 ist gerade gestorben, weil die Luftqualität so schlecht war oder weil er einfach alt gewesen ist. Nein. Hier hast du immer zu viele Leute gefühlt, ja. Das ist der Wahnsinn. Hier musst du da zusehen, dass du genug Häuser und so baust, damit die alle auch wohnen können. Und selbst wenn sie nicht direkt gleich wohnen können, ist auch egal. Aber es steigt ja nicht gleich jeder aufs Dach von wegen... Äh, die Bütte. Ist schon ein bisschen geil. Sammlerlager. Lass da mal noch eine Erweiterung machen, dass wir da auch noch ein bisschen was bekommen. Ein bisschen mehr noch. Und hier machen wir auch noch eine Erweiterung. Pass mal auf. Damit wir da auch noch mal ein bisschen mehr bekommen. Wenige freie Drohnen vorhanden. Ne? Müssen wir da ein Upgrade für die Drohnen-Dings machen? Drohnenfabrik. Guck mal, da können wir noch mal ein Upgrade machen. Machen wir das doch. Wie viele Elektrogeräte haben wir noch? Uns wurden ja welche geschenkt. Wo stehen die eigentlich, die Elektrogeräte? Die sehe ich hier gar nicht. Ich weiß es nicht. Diversität von Nahrung. Ja, ja. Ich glaube, wir brauchen noch mal dringend hier so ein Feld jetzt. Muss ich gleich noch mal machen. Hier so entlang der Pipeline noch mal. Wobei das beim Feld war es doch, glaube ich, sogar egal, wo das steht. Wenn mir nicht alles zeugt. Das kann ich doch so ja auch hier nach hinten bauen, theoretisch. Das musste nur, genau im Landwirtschaftsbereich musste das stehen. Komm, dann machen wir das jetzt hier hin. Ein Feld, ein Feld. Das gefällt mir sehr. Guck, machen wir das jetzt so. Na, vielleicht nicht so nah an das Sammelgebäude da. Machen wir das vielleicht mal eher so. Die benötigten Ressourcen sind nicht mehr auf Lager. Ja, egal. Oh, anscheinend ist es nicht egal. Meine Güte noch mal. Jetzt sammelt mal hier die 57 Plaste, die wir da brauchen. Genau. Müssen wir mal kurz innehalten, glaube ich. Aber warte, ich muss noch Forschung machen. Neue Forschung. Hier, wo ist sie? Mittelgroße Statue. Die wollen wir noch erforschen. Was macht denn da so Geräusche schon wieder? Ist schon wieder ein Hai am Start? Ne. Irgendwie komische Geräusche gehört gerade. Spielbeer hört schon wieder Geräusche. Komische. Ja, da schon wieder. Ich glaube, ich bin, äh, surviving the Abyss geschädigt. Ohne Witz. Ich höre irgendwelche komischen, verstörenden Geräusche die ganze Zeit. Jetzt kann ich's bauen. Klonk. Ich finde das Geräusch immer so lustig, wenn hier die Seilbahn so gegen die Kuppel so klonk. So dieses Badewannen. Ich stoße in der Badewanne gegen das Gegengeräusch. Hier optimieren wir nochmal die Kleidungsproduktion. Genau. Weniger Unterhalt und weniger Strom und weniger Plastik im Verbrauch ist immer gut. Aber Kleidung sieht jetzt gut aus. Guck mal, schon 83 Einheiten. Jetzt müssen wir noch die Nahrung hinkriegen. Marienkultur zuweisen. Genau. Marienkulturplan. Weißt du was? Da machen wir jetzt Seegras. Äh, Gurke. Muschel. Jakobsmuschel. Chloralle. Und das war's, wa? Gibt's noch was eigentlich? Austern. Nee, was? Lass mal Austern noch machen. Genau. Das ist ja hier Grundnahrung. Und das hier sind dann die spezielleren Sachen. Perfekt. Ja, Diversität. Bah, bah, bah. Ist ja gut. Da wächst ja gleich was. Jetzt regt euch mal alle ab hier. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Unglaublich. So. Haben wir das nämlich? So. Und nun müssen wir mal zusehen, dass wir das jetzt mal machen mit dem anderen Kram, den ich noch machen wollte. Was war das nochmal? Das war hier der Jubelier. Genau. Äh, der da. Also, der braucht Glas. Genau. Der braucht erstmal 50 Glas, um gebaut zu werden. Wir haben gerade 57. Genau. Komm, dann macht man jetzt hier den Jubelier. Der passt da auch wunderbar rein in die Ecke. Perfekt. Guckt euch das an. Als wenn er da drauf gewartet hätte, da gebaut zu werden. Der Wahnsinn. Und dann können wir vielleicht da in die Ecke noch ein Gebäude bauen. Forschung abgeschlossen. Was haben wir denn noch? Innenarchitektur. Genau. Das ist auch wichtig. Haben wir auch noch nicht gemacht. Und Schuleinfluss. Genau. Was ist eigentlich jetzt konkret der Einfluss von der Schule? Was macht das jetzt eigentlich konkret? Guck mal, die Schule können wir nochmal optimieren. Erhaltungskosten. Ja, mach das mal. Und mach das von mir aus gleich nochmal. Genau. Damit die Schule mal billiger wird. Geil. Dann sparen wir uns Treibstoff bei der Schule. Warum braucht eine Schule eigentlich Brennstoff? Ich mein, Sauerstoff kann ich verstehen. Geld kann ich irgendwo auch noch verstehen. Aber wofür braucht eine Schule Treibstoff? Also an meiner Schule haben wir nie Treibstoff für irgendwas gebraucht. Machen die so viele Klassenfahrten oder was? Dass die so viel Treibstoff da brauchen. Heizung. Ja gut. Okay. Heizung. Also bei mir war früher Klassenraum immer kalt gewesen. Und wir haben auch Löcher im Dach gehabt. Also von daher alles normal, ja. Und die Fenster haben alle gezogen. Es hat keinen Unterschied gemacht, die Fenster auf- oder zuzulassen. Also von daher sollen sich mal alle nicht so haben hier. Luxus hier. Warme Klassenzimmer. Kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Warme Klassenzimmer. Was kommt denn als nächstes? Statt einem VHS-Kassetten-Videoschrank irgendwie ein Computer auf den Tisch oder was? Da kommt der überhaupt nicht in die Tüte hier. Am Ende wird noch digitalisiert und sowas. Am Ende wird noch Geld in die Schulen investiert. Das kann doch nicht sein. Was für eine Welt wäre das? Es fehlt Gras. Ja siehste. Das ist nämlich das Hauptproblem hier. Das Gras fehlt. Ich glaube wir müssen mal einfach ein Feld machen, wo einfach nur Gras angepflanzt wird. Komm wir machen jetzt mal ein Grasfeld. Und du hast auf Schiefer geschrieben. Genau. Ich habe noch so meißeln müssen auch. Ich habe so auf Steine gemeißelt, damit ich da dann meine Arbeit schreiben konnte und so. Wie viele Einwohner man hat, sieht man nicht. Doch was sieht man? Das sieht man hier. 42 Erwachsene, 10 Kinder, 23 Familien, 2 sind auf Expeditionen, 22 im Haus, 40 Ingenieure. Okay wir haben das U-Boot angekommen. Genau da können wir gleich mal gucken. Erkunden, unsere Taucher, oh guckt euch das mal an, haben eine alte Holzkiste gefunden, die bis zum Bärsten mit Schätzen gefüllt war. Einen Schatz, wir haben einen Schatz gefunden. Schmuck, Gold, Perle, Diamanten und Goldschmuck. Okay wo der Unterschied jetzt zwischen Schmuck und Goldschmuck ist. Egal. Auf jeden Fall haben wir hier Klunkern gefunden. Nice. Und da ist jetzt noch was. Gesunkener Kreuzer auch gleich noch. Können wir da jetzt noch hinfahren? Oder müssen wir jetzt schon wieder zurück? Ich fahre lieber zurück und liefere das Zeug erstmal ab. Ja krass. Meine lieben Freunde, Luxusgüter haben wir geplündert. Nicht schlecht. Gold. Keine Bärhausungen verfügbar. Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Spielbär, es ist schon wieder soweit. Na dann mach mal hier ein Haus. Ne warte mal halt, bricht das nochmal ab. Achse, ja komm, lass mal hier mal einen großen Platz da in der Mitte. Dann können wir da noch Bänke und Dekorationen und hast du nicht gesehen hinsetzen und so. Hier möchte ich vielleicht schon mal eine Isolierung und eine Futterbox schon mal aufbauen. Nice. So, wann bauen die das hier mal? Was fehlt denen? Glas. Glas ist aber eigentlich am Start. Das müssten sie eigentlich können. Ich glaube, jetzt bauen sie das auch. Ich habe glaube ich gerade irgendwas gesehen, oder? Ach, keine Ahnung. Forschung abgeschlossen. Immer schön weitermachen mit Forschung. Schuleinfluss. Lass mal Schuleinfluss erforschen. Ermöglicht uns die Einführung von Holo-Bildung im Lehrplan. Hole Bildung. Alle Einwohner in einer Kuppel mit einer Schule oder einer Kuppel, die mit dieser verbunden ist, erhalten 0,2 plus Bildung pro Woche. Mensch. Sehr geil. Also die, die nicht gebildet sind, erhalten auch Bildung. Das ist ja Einbildung hier. Das gibt es ja gar nicht. Ein Bildung ohne Ende. Sind bei dir die Häuser auch nie voll belegt? Ja, das weiß ich nicht genau. Bewohner 1 von 6. Bewohner 2 von 6. Bewohner 1 von 6. Ja, es sieht so aus, als würden die die nicht volllegen. 2 von 6. 3 von 6. Vielleicht liegt das auch an den Familien. Weil die haben ja auch Kinder. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass 2 Familien im selben Haus leben können. Und wenn die vielleicht dann Kinder haben. Und wir haben ja 10, 23 Familien mit 10 Kindern. Vielleicht brauchen die dann ein Haus für sich alleine. Vielleicht ist das ja ein Einfamilienhaus sozusagen. Vielleicht gibt es irgendwann auch mal mehr Familienhäuser. Dass man vielleicht auf dieselbe Fläche 2 Familien unterbringen kann oder so. Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Weil ich meine, in der Kuppel ist ja nach oben hin eigentlich noch Platz. Wenn man sich das mal so... Da könnte ja theoretisch auch mal ein Haus stehen, was doppelt so hoch ist. Hat mich extrem verwirrt anfangs. Ja, wie gesagt. Ich schätze auch, dass es halt was mit den Familien zu tun hat. Kann ich mir nur so erklären. Wie weit ich mit der Forschung bin. Ich mache jetzt erstmal die Nebenstränge bei der Forschung. Oh, schon wieder mal. Was haben wir hier? Eine neue Art von wunderschönen Korallen breitet sich in unserer Gegend aus, Meeresbürgermeister. Sie erhöht zwar unsere Ansehnlichkeit, aber wir machen uns Sorgen darum, dass sie irgendwann im Weg stehen wird. Sorgt für mehr Wachstum. Mehr davon ist immer besser. Werkzeuge minus 4, Umgebung plus 6. Erntet einige Korallen für die Benutzung zu Hause. Lasst uns nicht viel davon zulassen. Lasst die Korallen in Frieden. Wir sind in diesem Ökosystem lediglich Gäste. Das ist natürlich auch eine interessante Option, ne? Machen wir mal das Letztere. Lassen wir die mal in Ruhe. Sollen sie sich halt mal anpflanzen, da? So, hier fehlt Seegras. Warum fehlt da Gras? Was ist da los? Weil, ja, stimmt. Hatte ich das jetzt eigentlich schon eingestellt? Marikultur. Genau, da war ja was. Ich wollte ja ein Grasfeld machen. Also, jetzt machen wir mal folgendes. Das ist Seegras. 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 Und Seegras. Wenn wir jetzt nicht genug Gras kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Das ist quasi die Graskalation. Das ist absolut Gras, was hier passiert. So, mach da mal noch eine Optimierung. Und da auch noch. Und, äh, hier müsste man das vielleicht dann auch nochmal irgendwie machen demnächst. Hier können wir auch nochmal eine Optimierung machen. Machen wir das mal gleich. Braucht das weniger Sauerstoff und weniger treibenden, äh, Energiestoff. Genau. Stromstoff. Essen geht runter, immer noch. Aber wir haben das neue Feld ja schon eingeweiht. Da müsste doch auch schon langsam mal ertragbar rumkommen, oder nicht? Ja, die sind halt auch noch beim Seegras anpflanzen. Okay, müssen wir auch ein bisschen Geduld haben, wie es aussieht. Vielleicht lohnt es sich auch nochmal so ein Käfig-Ding zu bauen. Können wir da jetzt eigentlich mittlerweile in so einem Käfig auch mal andere Tiere ansiedeln, als nur die komischen Thunfische? Das weiß ich gar nicht. Das müssen wir mal probieren. Kann ich hier vielleicht noch so ein Käfig bauen? Zufälligerweise. Okay, ah ne, das müssen wir dann, wenn dann so... Ah, da war es gerade. Ja, ja, ja. Plastik 153. Okay. Müssen wir auch kurz warten, wie es aussieht. Müssen wir mal noch kurz warten. Weil dann würde ich nämlich... Forschung ist ja abgeschlossen. Mal gucken, ob wir da irgendwie noch neue... Neue Bestände... Käfige 2, guck mal. Ermöglicht die Konstruktion... Hummer! Ja, Alter, lass mal Verteidigungsplattformen und dann Käfige 2 erforschen, würde ich mal sagen. Dann können wir nämlich da dann neue Tiere unterbringen. Ich glaube, das freut die Leute. Mehr Diversifikation beim Essen ist sowieso heiß angefragt worden. Jetzt habe ich ja auch die neuen Bänke bekommen, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Warte mal. Ich habe ja hier ein paar neue Sachen jetzt gekriegt. Mittelgroße Statue zum Beispiel. Guck mal, die können wir mal jetzt... Okay, da würde ich noch ein Haus bauen vielleicht. Lass das mal hier hinbauen. So mittelgroße Statue. Wie viel Umwelt macht denn das? Da hätte ich jetzt gar nicht hingeguckt. Oh, 37 plus. Immerhin. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kleine Bank. Ah, ist nicht erforscht. Stimmt, habe ich noch nicht gemacht. Hab ich nicht. Aber mittelgroßer Blumenkasten müsste eigentlich... Ich gehe in... Ach, da braucht man Glas. Okay, Glas haben wir gerade nicht. Genau. Unsere Glasfabrik ist ein bisschen langsam. Unsere Glaserei. Obwohl da eigentlich 162 pro Jahr rauskommen müsste. Komisch. Haben wir irgendwie... Nicht genug Zulieferungen irgendwie. Kann das sein? Also... Vielleicht zu wenig Drohnen. Mal hier nochmal die Drohnenfabriken optimieren vielleicht. Da geht ja noch was. Wertstoffhof. Produktionsbonus könnten wir da noch machen. Machen wir das mal. Kriegen wir mehr Plaste. Müssen wir ja kaum was reinstecken, damit wir mehr kriegen. Aber wir brauchen Möbel. Genau. Ich wollte eine Möbelfabrik bauen. Ich kriege immer diese Sachen. Manche Sachen kriegt man einfach irgendwie nicht hin. Warte mal hier. Möbelfabrik. Wo ist die denn? Möbelhaus. Genau. Da brauchen wir... Plaste. Naja. Wer hätte auch was anderes erwartet. Wir haben ja jetzt einen Plaste-Überschuss. Da müsste man uns das eigentlich leisten können. Das Möbelhaus. Komm, warum mal das Möbelhaus. Das Möbelhaus. Das Möbelhaus. Das Möbelhaus schaut von außen möblich aus. So. Mach mal hier das da hin. Möbelhaus. Und gleich anschließen. Nice. Dann kriegen sie Möbel und sind so hoffentlich zufrieden. Müssen wir dann wahrscheinlich noch upgraden. Drohnenspeed kann man auch erforschen. Das stimmt. Aber jetzt mache ich erst mal Verteidigungsplattform und dann die Käfige 2, dass wir noch ein bisschen mehr Nahrung raushauen können. Das würde ich sagen, ist auch wichtig. Ja, läuft doch, meine lieben Freunde. Läuft doch, läuft doch, läuft doch. So weit, so gut. Wir haben die Engpässe ganz gut in den Griff gekriegt. Plus 18 Elektrizität. Da müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen aufpassen. Wie viel Strom braucht die Möbelfabrik? Gar keinen. Okay. Alles klar. Dann müssen wir da wohl nicht aufpassen. Aber vielleicht doch mal demnächst noch ein Solarpanel noch bauen. Oder kann man die optimieren noch? Produktionsbonus. Ja, komm, dann machen wir erst mal das. Erst mal noch mal optimieren. Guck mal, das hat auch schon ein ordentliches Plus gegeben. Eine Leitung hat ein Löck. Na, das ist natürlich nicht lecker. Reparieren. Müssen wir hier unten noch so einen Leitungsreparierer noch irgendwie aufbauen. Das wäre noch gut. Spielbär schwelgt gerade in Glückseligkeit. Neuer BC. Und das Game läuft auch. Jawoll. Alles passt. Ja, endlich mal hier läuft alles rund. Solarzellen unter Wasser etwas Fantasy muss sein. Ja, Solarzellen ergeben eigentlich unter Wasser, gerade so im tiefen Wasser, eigentlich keinen Sinn. Aber hey, ich meine, das Spiel ist halt so. Das müssten eigentlich schwimmende Solarzellen sein, die irgendwann an der Wasseroberfläche hängen. Das würde irgendwie noch Sinn ergeben. Und an dieser Stelle endet diese Folge Aquatico. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Aquatico, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!